Ja! Komm, komm! Alex, mach ein blöde Gesicht! Alex macht nur blöde Gesichter! Ja, ich mach immer blöde Gesichter! Alex hinter dir sagt! Ja! Ey, guck mal, die sind trauen ja voll drauf ab oben! Voll geil, oder? Ja! Das ist jetzt krass! Ey, das ist krass! Hallo! Ey, das ist ja voll Hammer, oder? Geil, ne? Ey, das ist ja voll Hammer, oder? Und meine wohl nicht überhaupt kein Brötchen! Aber gut, dass wir Brötchen mitgenommen haben! Da ist das blöde, ey! Boah! Alex, ich schwöre, die sind ja alles in Wild- und Umfassgeheimen. Ja, ist doch gut. Hallo. Ja. Ey, guck mal, ihr seht, das hätte ich nicht gesagt, ne? Hallo. Hallo. Hallo.